Herzlich Willkommen bei Benni 1.17 Sonntagslauf Teil 6 Heute bin ich wieder bei der Bannentunnel. Das hat beim vierten Teil nicht geklappt, leider. Ich habe es eigentlich reingeschnitten, aber das hat irgendwie gesponnen, glaube ich. Ich glaube, ich habe es vergessen, irgendwie reinzuschneiden, aber ich bin mir ganz sicher, dass ich das reingeschnitten habe. Ja, ich bin mir eigentlich immer sicher, also, ja, also, sehr davon fast gespannt auf Sonntagslauf Teil 6. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch mache, schon oft. Ich habe ja noch viele Sachen jetzt noch hier zu drehen. Kann sein, dass ich Sonntagslauf Teil 24, 26, 50, 60 mache. Sonntagslauf bleibt immer auf dem YouTube-Kanal immer aktiv. Dann haben wir hier noch Schilder, die können wir uns mal ganz ruhig angucken. Letztes Mal hat es geregnet, irgendwie in den vierten Teilen, die meinte ich. Beim sechsten, beim fünften Teil war es nicht so. War schön. Also, da haben wir jetzt eine Karte, die könnt ihr die Säule mal angucken. Also, gucken. Also, das sind hier zwei ältere Männer, die, glaube ich, gearbeitet haben da. So. So. Also, hier. Das erkennt ihr ja. Das da erkennt ihr ja. Warte. Das da. Das sieht man ja da oben. Oder? Ja. Das da. Und das ist das da. Dann ist da, warte. Dann noch so eine Brücke. Die gibt es, glaube ich, nicht mehr, die. Aber, glaube ich, die gibt es, glaube ich, noch. Aber die steht, glaube ich, nicht in Denkingen. Oder? Warte. Das könnte, glaube ich, hier unten sein. Hier unten. Und da unten, da, wo mein Finger ist. Warte. Da. Da. Ja, meine Finger sind ein bisschen krumm. Das habe ich beim Kampel-Video-Teil, Teil, drei auch gesehen, hab ich meine Finger irgendwie krumm sind. Jo. Da hat man das, da erkennt man das, glaube ich. Das ist der Bau. Ein Bau. Von der, äh, von den Tunnel, glaube ich. Ich glaube, die große, ähm, äh, äh, keine Ahnung. Ja, ihr wisst ja, was ich meine. Das große Teil, wo dann das Loch macht. Die Durchzug. Ja. 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 Warte, ich muss mal kurz durchschließen. Das ist auch nicht ein Denking, glaube ich. Da. Das ist auch ein Tunnel. Aber ich meinte nicht, dass das, das ist doch, oder? Ne. 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 Ne, das ist nicht das. Ne, das ist nicht ein Denking. Ne. Dann ist da noch eine. Ich weiß aber auch nicht, ob das ein Denking ist. Keine Ahnung. Da. Ich kenn mich halt nicht gut aus mit den Lokomotiven oder irgendwas da früher abging. Hier irgendwie. Keine Ahnung. Jo. Das sind, glaube ich, die Einschatzkarten. Glaube ich. Glaube ich mal. Keine Ahnung. Jo. Ja. Meine Hand tut doch mal auf, wenn immer weh, wenn wir wieder Tränen haben. Jo. Also, das ist echt ne Sache. Ach, das ist ne Scheiße, was die Leute sich hier einbilden oder der Regen warf's. Das ist kaputt. Da kann man nichts mehr erkennen. Also, ich war es nicht. Ich mach sowas nicht. Und sowas drauf zu kitzeln, das ist ne richtige Sachbeschädigung. Das ist echt ne Scheiß-Sachbeschädigung. Nein. Nicht. Ne. Danke. Man erkennt da gar nichts mehr. Glaube ich, beim einen Teil, wo ich einen Sonderlauf gemacht habe, mit der Brücke erkennt man, glaube ich, noch was. Glaube ich. Könnt ihr mal nachgucken. So. Jetzt bin ich auf der anderen Seite von dem Tunnel. Da fahren immer ganz viele Fahrräder rum. Fußgänger auch. Und ich natürlich auch. Und wir drehen auf jeden Fall. Ja. Da. Das ist die andere Seite. Da steht nichts mit, das da gebaut worden ist. Keine Ahnung. Also hier ist er lang natürlich weiter gefahren. Richtung Großheim hoch. Ich dachte, das ist gerade eine Party gewesen. Das ist schon schön, was früher gemacht worden ist. Früher gebaut worden ist. Also. Respekt an die Leute, die noch leben. Ja. Jetzt gehen wir mal wieder zu den Schülern wieder rüber. Weil die Leute waren. Wir gehen jetzt rüber. So. Wir waren ja hier bei den Sachbeschädigungen. Es geht nicht. Ja. Jetzt gehen wir zu dem anderen Schild weiter. Jetzt gehen wir zu der Heu Bergbahn. Also die Heu Bergbahn. Also. So. Sah die mal aus. So. Warte. So sah die mal aus. So. Das ist der Bahnhof. Warte. Warte. Bahnhof in Reichenbach. Die wo in Reichenbach wohnen. Da kenne ich auch welche Leute. Die wo in Reichenbach. Äh. Wohnen. Den Bahnhof kennt ihr glaube ich. Irgendwoher. Ja. Ja. Das sind die Leute. Die wo da früher gearbeitet haben. Ja. Ja. Das ist auch eine Sachbeschädigung, was das soll. Ich erkenne ja nichts mehr. Wenn da oben steht. Ja. Ja. Es kommt auch mal ein Video wie ich da reinfahre. Das Video geht dann einfach zu lang. Und jetzt kommt dann noch ein Video. Denken ja Video Teil 4. 4. Viel Spaß bei dem Video. Euer. Also. Wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert mich auf jedenfalls. Das. Meine Videos sind echt auch gut. Manche sind lustig. Das war jetzt einfach einfach. Ein Lokum. Also. Warte. Es war jetzt einfach ein Tunnel. Tunnel Video. Und einfach diese Schilder. Vorstellen. Die habe ich jetzt noch nie vorgestellt. Eigentlich. Bestimmt. Durch kann meine Videos eigentlich gar nicht auswendig. Ja. Also. Ich wünsche euch jetzt. Einen schönen Sonntag. Und einen. Sonstvias. Und. Abonniert auf jedenfalls diesen Kanal. Ja. Macht einfach einen Daumen hoch. Und Werbung macht ihr. Könnt ihr auch machen. Werbungen. Und ja. Euer PA17. Und. Ciao.